Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich schon im kompletten Reitoutfit. Und genau, wir bauen nämlich gerade Sprünge auf. Ihr habt ja gerade schon ein paar Clips gesehen. Und zwar habe ich ja unter meinem Video geschrieben, dass wir heute ausreiten gehen. Aber wir sind jetzt zur Reithalle geritten und haben einen Parcours aufgebaut. Diesmal einen relativ größeren Parcours. Also nicht von der Höhe, sondern halt recht viele Sprünge, weil wir üben halt jetzt für ein Turnier, was halt bald mal ansteht. Und genau, ich würde sagen, es geht dann jetzt los. Ich würde sagen, es geht dann 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 los. So, wir sind jetzt mit dem Reiten fertig. Es hat richtig gut geklappt. Also es gab wirklich eigentlich keine Fails. Also Schraddi hat kein Mal verweigert. Der hat einmal gerissen. Aber das war, da hat er nicht aufgepasst. Aber einen kleinen Fail gab es. Der hat aber eher weniger mit dem Reiten zu tun. Aber den könnt ihr ja jetzt mal sehen. Oh Gott, ey, ich dachte schon, die geht kaputt. So, jetzt. Wehe. Ja genau, das war der einzige Fall. Also es hat eigentlich richtig gut geklappt. Und jetzt warten wir zurück zum Hof. So, wir sind jetzt wieder am Stall. Und genau die, jetzt gerade die Ponys. Und fahren dann gleich wieder nach Hause. Und dann grüße ich noch zwei. So, Leute. Ich bin jetzt vom Stall zurück. Und heute hat der Akku mal richtig gut gehalten. Trotzdem habt ihr eigentlich fast nur was vom Reiten gesehen. Danach haben wir ja noch gefüttert. Und noch den Ponys Wasser geben. Also was man halt so machen muss. Habe ich auch noch nie gezeigt. Aber natürlich wie immer wird jetzt, werden jetzt zwei Leute gegrüßt. Und der erste, der heute gegrüßt wird, ist 123RotWig. Und der hat geschrieben. Jo, Lea, du und dein Bruder machen die besten Videos auf YouTube. Mach weiter so. Und der hat geschrieben. Jo, Lea, du und dein Bruder machen die besten Videos auf YouTube. Mach weiter so. Also ich würde es cool finden, wenn du mich grüßen könntest. Danke. Und dann zwei Herz-Emojis. Und ja, auch danke für deinen Kommentar. Und den fand ich auch voll cool, weil er hat auch Moritz mit eingenommen. Und ja, das fand ich auch sehr cool. Und damit wurdest du gegrüßt. Ja, Leute. Und jetzt habe ich leider gerade festgestellt, dass die Kamera irgendwie nicht mehr aufgenommen hat. Und deswegen die zweite, die heute gegrüßt wird, wird natürlich auch noch gegrüßt. Nur halt jetzt ein bisschen später. Ich lese den Kommentar mal eben vor. Und zwar ist er von Rachel-Din. Ich weiß nicht, ob ich es richtig aufgesprochen habe. Und sie hat geschrieben. Hi, Lea. Es wäre echt cool, wenn du mal ein zweites Mäuse-Video drehen würdest. Du machst mega coole Videos. Mach weiter so. Ich würde mich so freuen, wenn du mich grüßen würdest. Und genau, ich hoffe, du freust dich jetzt so. Und ja, ich danke dir auch für deinen Kommentar. Und ich hoffe, du freust dich halt, wie schon gesagt. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, ich muss jetzt auch hier das Video beenden, weil die Kamera hat irgendwie nicht mehr aufgenommen. Und ja, Leute, dann mal bis zum nächsten Mal. Und tschüss.